Hattest du schon mal Schädlinge in deinem Haushalt oder deinem Garten, wo du dich gefragt hast, ob du diese überhaupt bekämpfen darfst? Dann habe ich hier genau das richtige Video für dich. Denn heute gehen wir quasi den Bußgeldkatalog für die gängigsten Schädlinge durch, so dass du generell weißt, was du bekämpfen darfst, was nicht, welche Alternativen oder Ausnahmen es gibt und wie du auch sonst am besten damit umgehen solltest. Allgemein werde ich mich aber nur mit der Rechtslage hier in Deutschland befassen. In anderen Ländern kann die Gesetzeslage anders aussehen, aber welche Schädlinge hier in Deutschland rechtlich geschützt werden und welche nicht, das gehen wir jetzt durch. Prinzipiell sollte man aber erstmal wissen, dass für die meisten wildlebenden Tiere der Artenschutz greift. Dies hat dann die unterschiedlichsten Gründe, wie zum Beispiel, dass sie einen wesentlichen Teil zur Artenvielfalt in Deutschland beitragen, sie wichtige Nutztiere sind oder auch generell nur um die Tierart vor dem Aussterben zu schützen. Wo Tiere sind, spielen auch deren Lebensräume eine Rolle. Und da sich alles irgendwie gegenseitig beeinflusst, Nahrungsangebot und so weiter, schützen solche Gesetze die Flora und Fauna der gesamten Erde. Also, da hat sich schon jemand was bei gedacht. Und das Bußgeld von so bis zu 50.000 Euro sagt einem auch, dass man sich da besser dran halten sollte. Generell stehen so ziemlich alle Säugetierarten unter Artenschutz. Ausgenommen sind hauptsächlich zwei größere Gruppen. Zum einen gilt der Artenschutz nicht für allgemein bekannte Ernte- und Vorratsschädlinge, worunter einige Ratten- und Mäusearten fallen, und auch die Wühlmaus steht somit nicht unter Artenschutz. Die Fledermaus dann hingegen wiederum schon, ist auch kein richtiger Nager oder Schädling. Auch Neozonen, also nicht heimische Tierarten, die sich irgendwie in Deutschland eingenistet haben, stehen nicht unter Artenschutz. Darunter fallen zum Beispiel der Waschbär, die Bisamratte und der Marderhund. Und Marderhund ist auch schon ein gutes Stichwort, denn den Marder selber dürfen wir wiederum nicht so einfach fangen oder töten, oder auch sonst irgendwie Schaden zufügen. Zwar liegt er nicht unter dem Artenschutz, aber er unterliegt dem Jagdrecht, wie auch so ein paar andere Tiere, aber das wissen dann die Jäger wiederum am besten selber. Also bräuchtest du schon einen Jagdschein, um ihn komplett aus der Welt zu schaffen. Und selbst das ist dann von im März bis Mitte Oktober nicht erlaubt, um seine Jungtiere zu schützen. Einzig und allein der Versuch, den Marder zu fangen und wieder irgendwo anders auszusetzen, kann dich bis zu 5000 Euro kosten. Aber vertreiben darfst du ihn trotzdem noch. Wie genau, das haben wir dir in unserem Video zum Madern sehr ausführlich erklärt. Gerade eben hatte ich auch schon erwähnt, dass die Wühlmaus nicht unter Artenschutz steht. Aber der Maulwurf hingegen steht unter Artenschutz und darf auch nur mit alternativen Mitteln vertrieben werden. Das bedeutet, man muss sich sehr sicher sein, welches der beiden Tiere man vor sich hat. Aber da Maulwürfe auch eher nützlich für deinen Garten sind, ist es auch kein Problem, dass du sie nicht direkt bekämpfen kannst. Wie du die beiden unterschiedlichen Kollegen voreinander unterscheiden kannst und was du auch notfalls doch noch gegen deinen Maulwurf unternehmen darfst, das kannst du dir nochmal detailliert in unserem Maulwurf-Video anschauen. Ebenfalls unter der Erde, die Überleitungen sind heute echt alle der Wahnsinn, leben die Ameisen. Diese stehen aber unter keinem weiteren Artenschutz bis auf die Hügelbauenden Waldameisen. Bei denen ist jeglicher Eingriff in die Neststruktur und den Lebensraum streng verboten. Diese tauchen aber auch nicht so schnell in deinem Garten auf, beziehungsweise erkennt man die dann auch ganz markant am Hügel. Also braucht man sich da erstmal keine Gedanken zu machen, wenn man so ein Ameisen-Zeus im Garten verteilen möchte. Aber die wohl nervigsten Plagegeister, mit denen man sich jeden Sommer herumschlagen muss und die auch noch unter stärkerem Schutz stehen, sind die Wespen. Genau gesehen gilt für Hummeln, Bienen und Wespen ein sehr ähnlicher Artenschutz, da diese Nutztiere sind, die die Blüten bestäuben und somit auch eine sehr wichtige Rolle in unserer Pflanzen- und Erntekultur spielen. Ja, ist blöd gestochen zu werden, aber dagegen kann man dann wenig unternehmen, wenn man noch Äpfel an Bäumen haben möchte und sowas. Hornissen legen da nochmal eine Schippe drauf, denn diese werden nochmal zusätzlich vom Bundesnaturschutzgesetz geschützt, weil sie zudem auch noch mit einem sinkenden Bestand zu kämpfen haben. Also man will hier das Aussterben der Sorte schützen. Aber auch ein Wespennest auf deinem Grundstück darfst du nicht einfach so entfernen oder auch irgendwie beschädigen, sondern du brauchst einen vernünftigen Grund wie eine Allergie, kleine Kinder oder andere Tiere, die dadurch bedroht werden können und nur dann und auch nur dann darf man einen Fachmann das Nest umsiedeln lassen. Also man bestellt ihn und der macht das dann für einen. Bei Bienen ist sogar noch ein Imker dazu befugt, aber generell ist man besser bedient, wenn man die Löcher im Mauerwerk abdichtet, sodass sich die Tiere da gar nicht erst einnisten können. Zuletzt gibt es noch einen weiteren Punkt, der auch überall gilt und zwar den allgemeinen Artenschutz, der auch im Bundesnaturschutzgesetz verankert ist, genauer gesagt Paragraph 39. Danach ist es verboten, wildnehmende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen oder zu verletzen oder zu töten. Also kurzum, sei nett zu den Tieren. Also mit welchen Tieren dieser Liste hattest du schon mal zu tun und welche haben gefehlt? Schreib uns doch gerne mal einen Kommentar und wir werden uns in einem weiteren Video damit auseinandersetzen. Bis dahin freuen wir uns über jede positive Bewertung und ich hoffe, dieser kleine rechtliche Exkurs hat euch gefallen und falls wir dir helfen konnten, dann schau doch gerne auf unserem Kanal vorbei. Da findest du auch weitere hilfreiche Videos, wo wir uns mit Shailingsbekämpfungen beschäftigen. Und damit würde ich dann auch sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.